Herzlich Willkommen meine neuen Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Ich habe nebenbei Discord offen, in so einer Animal Crossing Gruppe und gucke da jetzt zwischendurch die ganze Zeit rein, weil ich gerne einen neuen Bewohner hätte, den ich auch gerne hätte. Und ja, da wird fleißig reingepostet. Gerade hatte jemanden, den ich wollte, aber der ist leider schon wieder weg. Der wurde schon geclaimed von jemanden anders. Und wir suchen jetzt erstmal hier wie immer natürlich das Rezept. Das Rezept, wo ist es? Hier ist nichts. Okay, dann müssen wir rüber. Dann müssen wir rüber laufen. Ich habe gestern bemerkt, dass ich Upload eigentlich vorgestern angefangen habe. Deswegen habe ich Upload weitergeschaut und nicht gestern irgendwas. I have Eric. Was ist Eric? Ehm, du, 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 Eric. Du, 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 nee. Nee, steht jetzt hier nicht bei. Nee, den wollte ich nicht haben. Okay. So. Deswegen, äh, genau. Upload, das ist so eine Serie. Tote Menschen können immer noch mit ihren Leuten reden, mit ihrer Familie reden, mit bekannten Leuten und sowas. Über irgendwelche Frequenzen, sogar mit Videochat und sowas, ist richtig seltsam tatsächlich. Genau. Irgendwie sowas halt. Sehr, sehr zukunftsmäßig. Äh, wieso ist hier kein Rezept? Verstehe ich schon wieder nicht. Dies verstehe ich schon wieder nicht. Äh, was ich jetzt als nächstes vorhabe, ist... Ähm, weiß ich noch nicht. Ach. Sorry, Leute, ey, das ist halt sehr, sehr schwer hier irgendwie was zu machen. Also hier könnte ich auf jeden Fall noch eine Bank machen. Vielleicht machen wir morgen diesen Garten hier. Ja gut, den machen wir morgen, Leute. Den Garten, da wird wahrscheinlich aber eher ein Blumengarten werden, weil das passt besser. Äh, zur Struktur und sowas. Das heißt, wir können eigentlich... Mal eben kurz die Fossilien suchen. Und den Geldstein vielleicht auch. Komm, hier sind schon alle drei Steine. Kann ich hier auch nochmal ein bisschen Geld abholen. Ja. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Irgendwo gehen. Ja, mein Timer für den Tee ist fertig, aber egal. Ich mache jetzt erstmal noch die Folge hier fertig. Ja. Du-du-du-du-du. Ein Eisenerz, nur. Ist ja fast gar nichts. Gar nichts. So, hier hätte ich jetzt aber ganz gerne das Geld. Komm, komm, give me the money. Give me the money. Sehr schön. Sehr schön, aber kein Geld. Kein Geld für mich. Äh, was macht die denn da? Okay, hier wird dann wahrscheinlich das Money sein. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine es überhaupt auf der Insel gibt. Äh, und wieso mache ich da die Löcher, wenn ich hier stehen kann? Okay, das war es auch nicht. Dies wird es auch nicht. Na, guck mal. Blö, den haben wir sogar noch bekommen. Trotz Unterbrechung. Trotz Unterbrechung. Oh, cool. Assel, ne? Die finde ich ja richtig eklig. Bei Raymond. Wie ist das denn? Immer diese Leute, die so komische Bilder machen, ja? Da, wo die Person dann vor dem Bewohner steht, ja? Und man gar nichts sieht. Das ist ja hier wieder Glanzleistung, Leute. Glanzleistung. Äh, so. Schalise. Schalise. Oh. Wir könnten hier mal wieder Blumen gießen. Na, bitteschön. Ihr könnt auch mal wachsen hier. Mann, 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 Mann. Äh, da oben war kein Fossilchen. Probieren wir es mal hier unten. Rainer kommt auch nicht, ne? Ne. Rainer ist nicht da. Rainer ist nicht da. Hab ich irgendwas Besonderes geträumt? Nö. Nö, ich glaub ne. Also, ich kann mich zumindest gar nicht mehr dran erinnern. Normalerweise erinnere ich mich eigentlich. Sherp. Sherp. Google. Sherp. Animal. Crossy. Ich muss noch mal gucken, wie Schalzi aussieht. Aber was? Oh. Wurde gelöscht. Okay. Okay, okay. Schalzi wäre, glaub ich, komplett weiß. Soweit ich das noch weiß. Oh Gott, ey. Ganz Schmetterlinge. Aber ich brauch immer noch Dings. Dings, Dings, Dings brauch ich noch. Oh, Tiffany wurde reingepostet. Die ist natürlich sehr cool. Mit ihrem Lippenstift. Fällt die sehr, sehr auf. Aber, ja. Aber vielleicht können wir das auch... Können wir Discord hier einblenden? Soll ich das mal probieren? Wir gucken mal eben. Wir gucken mal eben hier. Äh, okay. Holst du es jetzt? Bildschirmaufnahme. Das ist die Bildschirmaufnahme. Zeig mal her hier, bitte. Ich glaub, das war falsch. Ich glaub, das war falsch. Kick mal einen Discord da hin. Nee, keine Ahnung, Leute. Leute, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätt's gerne gemacht, aber ich weiß grad nicht wie. Wie, 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 wie. Dann hätten wir uns alle lustig machen können über die verschiedenen... Oh, ich find's so schön, dass die hier so gut wachsen. Echt toll. So, wir gehen mal hier rein. Und den Rübenpreis aufschreiben. Oh, da ist mein Schlift. Hallo. Oh. Es gibt endlich mal wieder was für die Küche. Rübenpreise. Eins, zwei, sechs. Also, so schlecht sind die Preise dieses... Diese Wochen nicht, aber... Das brauch ich dran trotzdem nicht. Du, eins, sechs, zwei. So. Nee. Äh, nee, danke. So, was habt ihr denn hier? Oh, ein Marimba. Oh, das kaufe ich mir. Das ist schön. Das gefällt mir. Und du kostest 200.000, oder was? Ich glaub, die Kücheninsel, die haben wir schon gekauft, oder? Ich mein schon. Ach, stimmt. Wir wollten heute die Libelle fangen, ne? Ja gut, dann machen wir das mal auf jeden Fall. Müsste hier irgendwo herumschwirren. Vielleicht reisen wir dafür auch auf ne Insel. Aber auf ne Insel will ich heute nicht reisen, weil es kann ja jede Sekunde sein, dass ich hier, äh, einen Bewohner finde, weil... im Discord, ne? ko-ko-ko-koko, der will keiner. Ah, lieg in den Box. die dings haben immer noch das rezept muss es ja hinten sein das erste mal da hinten ist es ich hab's gesehen ich habe es gesehen super bitte was cooles gartenstein hört sich cool an gespannt es ist in der gartenstein sehr schön der ist echt cool sehr schön das ist nicht schlecht heute ist sonnertag ne ach heute ist vatertag da ist eine libelle da ist eine libelle kacke ich bin schlecht leute jetzt habe ich sie aber es ist auch nicht nur dass auch die königsliebe ja schade 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 schick gelade schubert ist da schubert warte bist du uns verlassen schade wäre auch zu schön gewesen überhaupt nicht überhaupt nicht aber der rucksack ist eigentlich nicht ganz so schön wie ich grad gedacht hatte kommen wir nehmen mal die holzdinger hier gekauft ich gucke natürlich nur bei free villager weil ich habe keine malen tickets um geld anzubieten also nur meinen tickets weil da sind eigentlich in der regel die besseren bewohner drin aber ja ne genau man zu wollen irgendwie 100 meinticket für ein da denke ich mir nur so wow ne danke hallo ritterkäfer dich schnapp ich auch dich habe ich schon lange nicht mal gesehen ritterkäfer wo warst du? wo warst du? oh ihr sitzt da so schön nehm ich überhaupt auf? ja kurz nachgucken ey ähm ja gut ne äh genau wir können auch eben zu tina und dingsy bumsy gehen und dann werden wir dann morgen auf jeden fall die jagd beginnen nach dem insekt oh die sternchenbrille ich glaube die haben wir aber schon ich glaube die haben wir schon oh Vampir kostüm das haben wir noch nicht tatsächlich gottik kleid haben wir glaube ich auch nicht punk overall haben wir glaube ich oh weil kleid haben wir auch nicht viele sachen noch nicht oh ne visusu brille das ist ja was das kaufen wir mal alles hier nein nicht tragen wohl schlimmer als ich kann ich eh nicht mehr aussehen ähm ich überleg grad gottik kleid wäre auch mega cool wenn wir das mal kaufen den haben wir auf jeden fall nicht den auch nicht so aber warte wir gucken auf jeden bei den socken kaufen wir die noch mit noch hässliche schuhe ja ja muss sich ja lohnen Leute muss sich ja lohnen achso ich wollte noch diesen Dings kaufen da war noch was glaube ich da war glaube ich noch was genau so im Waldkleid Dings 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 war der nicht oder muss noch mal gucken oh hat schon wieder gelöscht wow wieso löschen die Leute das immer so schnell Da ist ein Wolf achoh man 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 achso weil da Donation drin stand Sehr interessant Ja komm, tragen wir es So, hab ein Ballkleid an, Leute Sehr hübsch bin ich jetzt Ja, tschüss Ja, Leute Ich halte Ausschau, ja Ähm, wir sehen uns Morgen wieder, bis dann, euer Kamito Haut rein Tschüss